ja na weiter geht's mit komischen raum hier einfach der röberaum die unbewohnt aus ich nehme es ich nehme dieses zimmer wozu auch immer er das haben will keine ahnung wir müssen nur in das zimmer hineingehen okay wir müssen nur in das zimmer hineingehen tut mir leid ich dachte da steht namen oder so überlegt es dir nicht anders oder muss ich es denn noch mal dann muss ich es denn noch einmal sagen oder ich denke noch nach kann ich machen ich denke mal ich muss ich es denn noch einmal sagen mache ich wo sei nicht böse das ist einer von der brutalen sorte in ordnung bitte tja wer sitzt denn da kennen wir den nicht ja ihr seht richtig wer da sitzt hm du was machst du denn was machst denn du hier das selbe frage ich dich machst du hier etwa dummheiten glaubst du probleme lassen sich lösen indem man einfach dran denkt oh nein und zu ihm war es was ich meinte hilfe hilf mir einer schnell mit der seele das meinte ich das besondere was wir sonst nicht sehen würden wenn wir nicht reinkommen würden durch abwarten und tee trinken kannst du gar nichts ändern was sagst du es bewegt sich was wach auf spiel abgestürzt oder so probire ob wir ob wir ob wir ob wir ob wir ob Ostern Stamm 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 die qui qui die 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 O Oh, Clouds Harp, PMP wiederhergestellt. Wach auf! Wach auf! Uff, ich bin so erleichtert. Der Typ heißt Mucki. Bubi, ich höre, du bist zusammengebrochen. Nein, nein, nein. Sei nicht zu nervös. Hä? Oder äh? Ich mach mal äh? Hm? Man sagt, die Jugend dauert so lange. Und ist doch so kurz. Gib jetzt gleich mal dein Bestes. Die Zeit ist um. Tschüss, Bubi. Er versteht gar nichts. Tut mir wirklich leid, er laufende eine Menge unanständige Sachen ab. Zum Trosten um das bitte, okay? Und da Wäsche erhalten. Was, die sind lumpen? Für mich? Das kapier ich nicht. Wenn ich nicht, was passiert wäre, wenn wir ins andere Zimmer gegangen wären. Aber ehrlich gesagt, ist mir so rum wie egal. Im Moment jedenfalls. Ich könnte es ja nochmal demnächst austesten oder so. Mein bisschen ist ja nicht so weit. So. Okay, wir gehen jetzt raus und machen dann mal anders weiter. Ah, mein Herr. Es ist kurz vor Geschäftsschluss. Also denken Sie bitte an alle persönlichen Dinge. Ich kann wieder rein. Juhu. Nein, nein, ich bin nicht juhu. Aber egal. 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 Wie nennen wir das alle persönlichen Dinge, ja, ja. Hey, Cloud. Ich habe ein paar schöne Blumen von Iris gekauft. 500 Gil, das ist ein bisschen teuer. Na, wenigstens weiß ich jetzt ihren Namen. Ich habe ein paar schöne Blumen von Iris gekauft. 500 Gil. Oh, Mann. Johnny. Johnny. Tut mir leid, aber ich bin so lustig. Danke für die Blumen und den Gil. Die wertlichen Ehren halten. Ich werde sie trocken und als Glücksbringer behalten. Ich habe Iris um eine Verabredung gebeten. Aber sie sagte nicht mal, wenn ich ihr eine Million Gil zahle. Ihre Blumen kosteten auch noch 300 Gil. Sie ist eine gute Geschäftsfrau. Boah. Ah, ich möchte auch Blumen. Aber bei hübschen Mädchen werde ich immer so nervös. Es ist nur natürlich, vorsichtig zu werden. Ich werde hier die Aufnahme cutten. Und ja. Ich werde aber nicht speichern. Denn ich werde auch noch in den zweiten Raum gehen. Okay. Ihr seht, ich bin am Speicherpunkt. So als wäre nie was gewesen. Ich werde da draußen einfach ein paar 23 mit zweiter gehen. Bis später. Dann Oscars. Ich werde hier. Vielen Dank.